Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Dauntless. Gruß geht raus an Durchfallmann, Gumbumplum und Bazzinator. Das alte Team hat sich wieder gefunden sozusagen, war richtig nice, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und jetzt geht es gegen Pangar Prüfung, Furchtlos haben wir da gemacht. Ich habe unbedingt Wert drauf gelegen, dass wir hier versuchen ein Safe Run Build zu zeigen. Safe Run Build ist diese Woche, sage ich mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ihr werdet es jetzt sehen, wir sind trotzdem das ein oder andere Mal umgekippt. Und die Zeiten sind auch nicht Bombe oder sowas, aber so mit 1,10, 1,30, 1,40 kann man es mit dieser Skillung schaffen. Es geht eigentlich noch einfacher, das werdet ihr dann die Woche auch noch sehen. Da werde ich noch ein anderes Video hochladen, wo wir es dann, sage ich mal, Full Damage versuchen. Full Damage ist eigentlich diese Woche Safe Run. Nur für Leute, die sich das nicht zutrauen oder sich einfach wohler fühlen mit Ice Born. Oder, wie soll ich sagen, wo es vielleicht auch nicht von der Schadensabfolge so gut klappt in der Gruppe. Die können es dann halt eben so angehen. Wir haben hier eigentlich noch etliche Fehler gemacht, was es Reinspringen angeht. Hier mit den Masten haben wir uns gegenseitig irritiert. Ja, stehen jetzt die Masten oder stehen sie nicht? Und ich bin auch nicht gut am Monster dran. Trotzdem sieht man halt hier, dass es dann eigentlich relativ easy zu machen ist. Es ist auf jeden Fall gut machbar, sage ich mal. Wir hatten, ja, keine Ahnung, 10 Versuche. Davon sind uns 5 oder 6 geglückt. Also auch mit dem Bild geht das dann schon wunderbar. Am Schluss dann, oder unter 50% dann hier die Torga-Fähigkeit nutzen und dann einfach nur noch reinstampfen. Und dann passt das eigentlich. Da mache ich auch noch Fehler, was die Anwendung von Torga angeht. Gruß geht raus an Batzi. Hier war ich am Kopf, nicht an den Beinen. Oder am Schwanz, so wie das bei uns war. Ja, also Grüße gehen echt an die Jungs raus. War richtig, richtig cool. Gleich seht ihr noch das Bild. Und wie ich schon sagte, die Woche wird dann noch ein anderes Bild kommen, wo man dann halt, sage ich mal, unter einer Minute laufen kann. Das hier ist jetzt so die Safe-Variante, wo nicht so viel schief gehen kann, weil man eben Eisbohren und der ganze Kram mit drin hat. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch und ihr könnt das Ganze gebrauchen. War auf jeden Fall richtig, richtig locker. Hat Spaß gemacht. Habe ich, glaube ich, jetzt schon dreimal gesagt. Ja, hier, tektonische Brüche mit Eisgeburt, Wutjäger, Krachen des Titanen, Schlagplatte und der ganze Kram, wie man es eigentlich kennt. Schattensicht mit Disziplin, Schattenmarkt mit Disziplin. Das kann man ändern. Da könnte man auch jetzt geschärft oder sowas reinnehmen. Dann hier mit Wilde Raserei. Ihr seht es ja. So habe ich gespielt mit Ingenieur. Die anderen haben dann Regulationen vollgespielt oder eine auch mit Leitung gespielt. So geht man das Ganze dann an und so kann man es eigentlich relativ gut schaffen. Hier zeige ich es, glaube ich, noch, wie man dann umbauen kann. So wäre es jetzt, glaube ich, mit voller Regulation und die anderen Tränke und so. Ja, stimmt. Das hatte ich da auch noch am Schluss gezeigt. Das wäre möglich. Dann habt ihr es einmal gesehen mit voller Regulation, ne Quatsch, mit 3er Regulation und 3er Ingi, glaube ich, war das. Ja, ich hoffe, ihr könnt da auch gute Zeiten erreichen. Subfree sollte damit möglich sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.